Hallo zusammen, ich bin die Karin aus dem Stars Fitnessstudio in St. Köln. Heute mache ich wieder für euch ein Spezialprogramm. Ihr kennt das hoffentlich alle schon von mir. Also wir hatten so ein Bauchspezial, ein Stabilprogramm, ein Pro-Spezial, ein Leg-Power-Workout-Spezial. Es fehlt uns noch der Rücken. Weitere gibt uns ein Rücken-Spezial zum Programmauflauf. Wir werden uns kurz gemeinsam aufwärmen, ihr braucht jetzt nur die Matte. Dann gibt es 15 Minuten, durchgehende Training, 5 Übungen. Also insgesamt 3, aber wir müssen zweimal rechts und links wechseln. Also 5 Übungsausführungen mit je ein paar Währungsanzahlen. Das erkläre ich euch später. Und die machen wir 15 Minuten lang durch. Der Vorteil ist, ihr könnt euch wirklich zu Hause auf eurem eigenen Level in eurer Intensität die Übungen nachmachen. Wenn die 15 Minuten vorbei sind, sind sie vorbei. Egal ob sie das 5 Runden, 10 Runden, 13 Runden geschafft hat. Das publikt dann natürlich für eurem Intensität zu Hause. Ich würde sagen, wir starten. Legen wir los mit dem Warm-Up. Mal locker hinstellen. Einmal die rechte, einmal die linke Schulter nach oben greifen. Schauen wir sie hier im Bewegungsablauf. In der Rotation jetzt immer ein Stückchen größer werden. In der Rotation, wirklich aktiv angehen. Einmal nach rechts, einmal nach links drehen. Vier. Drei. Zwei. Arme. Ganz eng. Und große Bewegung. Twist. Von rechts nach links. Schaut, dass es auf der Füfte mit dem Übungen nicht stabil bleibt. Jetzt ziehen wir die Arme hier diagonal in die Länge. Zwei. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Und ziehen wir die Zurück-Tipp. Oben. Tick. Und unsere Hand rechnen wir jetzt aktiv zusammen. Schiebt euch nach oben. Und wieder zurück. Tick. Hoch. Tick. Sehr schön. Noch vier. Drei. Zwei. Und lösen. Sehr schön. Ihr könnt die Schuhe ausziehen, wenn ihr möchtet. Wir brauchen sie eigentlich nicht speziell nicht wirklich. Es bleibt auch angenehmer. Und wieder zurück. Mit einigen Übungen. Überein. Linke Seite stabil. Rechtses Bein. Schieben wir uns zurück in die Standlage. Und ziehen wir die Hand und das Knie zusammen. 20 pro Seite. Dann wird das Ganze auf links. Auch hier 20 pro Seite. Dann gehen wir in den Vierfüßverstand. Rechtses Bein. Links. 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 Dann. Letzte Übung. Ablegen. Arme zum Kopf. Wir schieben. Hoch. Zwei Mal. Beim dritten Mal. Oben. Zurück. Gehen. Also eins. Zwei. Drei. Halten. Zurück. Nach unten. Das sind unsere fünf Übungen, die jetzt 15 Minuten lang immer in die Programme weiter durchspielen. Wie gesagt, wenn es zu schnell ist, dann macht es langsamer. Es soll ich zu langsam, dann schneller machen. Aber wirklich schauen, dass du deine schwere und korrekte Bewegung ausführen kannst. Ich aktiviere den Satz-Heiler. Kommt noch nach oben. Kommt noch nach oben. Stand noch mal ganz. Und zehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Noch zehn. Neun. Neun. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ablegen. Seine. Neun. Acht. Sieben. Fünf. Zwei. Zwei. Sechs. Zwei. Neun. Sechs. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und nach unten gehen. Vierfüßler Position. Spanlinga. Diagonal. Sieben. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Linken nach unten Hals. Hals. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Sechs. Sechs. Zwei. Sechs. Daumen nach oben. Zwei. 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 Und noch nach unten gehen. Bauchlage, Verschiebung. Einmal, zweimal. Halten, vor, zurück, tief. Eins, zwei, drei. Fal. Biggerie, Verschiebung. Ich bin wir noch nicht noch, ich bin du youfer nicht mehr. In der Fall. Ich glaube, ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Wir machen, wir haben das vor Ort. Ja, wir machen. Noch fünfmal. Noch fünfmal. Noch viermal. Dreimal. Zwei noch fünfmal. Ein letztes Mal. Super. Nassen Bein. Runde zwei. Standard. Zehn. Linke Spanien. Zehn. Zehn. Vier. Neun. Ein. Sieben. Sechs. Fünf. Sieben. Drei. Zwei. Seben. 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 Sechs. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und. Auf. Fort. Fünf. 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 Neun. 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 Sechs. Fünf. Fünf. Vier. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Und. Zwei. 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 Blick nach unten. Wir haben zehn Wiederholungen. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Ein. Drei. Zwei. Zwei. Ableg. Baustein. Zehn. Stecken. Einmal. Zwei. Drei. Vor. Zurück. Kieb. Eins. Zwei. Halten. Vor. Zurück. Kieb. Okay. Ich blick auf die Wandleertreise bis zur Seite. Nicht überschrecken. Legen. Da. Wir werden auf fünf. Sieben. Drei. Drei. Und andersrum. Super. Zurück. Wir beginnen wieder mit Hinterstand bei. Wir gehen jetzt bei uns nach oben. Links zurück. Tief. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wenn ihr nehmt, das geht schon hoch und gleich durchdecken, wenn ihr mit den Beinen tiefer geht. Sechs. Noch zehn. Neun. Acht. Immer wieder den Fuß nach vorne schieben. Vier. Drei. Zwei. Zurück. Jawohl. Bein wechseln. Zwei. 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 Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und nach unten gehen. Wenn ihr mal das gleiche Gewicht verliert, macht das nichts. Vier Füster stark. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. 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 Letzter. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und. Auslocken. Die linke Seite. Super. Drei. Zehn. Zwei. 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 Wenn ihr mehr zusammen geht, sollt ihr ein bisschen die Intensität rausnehmen. Also, ihr kommt mit Langs in der Rückseite. Halt und vor, zurück, tief. Jetzt ist es dann wieder vier Minuten. Das Heimball auf die Beine ist ein Glück. Super, immer wieder deinen Blick nach unten, nicht am Kopf reißen. Super, noch fünfmal, noch vier, noch drei, noch drei. Und der Lippen. Super, letzte zwei, noch vier, sechs Sekunden, noch fünf. Dann bleiben, den Ski, sechs, groß wieder raus. Und der Lippen. Zwei, rechts ist tief. Und der Lippen. Sechs, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Sechs, neun, acht, sieben, sechs, fünf, 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 fünf. Sechs, neun, acht, sieben, drei, zwei. Und zurück. Linke Seite. Was sagt jemand? Noch mal über 55 Sekunden. Super. Zehn haben wir schon. Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Wir gehen nach unten und die letzten Sekunden noch raus. Wir werden nicht mehr kürzen ausgehen. Und die letzten wiederholen. Noch sieben Sekunden. Oh, tick. Wir haben es geschafft. Schiebt sich nach hinten, macht es den Rücken lang. Entspannt, sobald ihr eignet, sieh mal raus. Ich schließe den Bauch an. Rücken lang machen. Kommt ganz locker zwischen den Armen hängen lassen. Und langsam zurückkommen. Fingerspitzen nach hinten, Brustbein nach vorne schieben. Atmet tiefer hinaus. Ich schieße die Reihe nach vorne schieben. Nach hinten nach vorne schieben. Tatschen hochgehen. Ausatmen. Nach vorne schießen. Einholen. Schulterblätter weit auseinanderziehen, ausatmen, nach vorne, nochmal, ein Rollen, Schulterblätter aktiv auseinanderziehen und nach vorne schieben, super, fangst mal nach oben, stell dich auf die Matte, lass uns die Schultern hängen, den unten tief, pendelst ein paar Mal von rechts nach links, entspannst den Lacken, und du rollst dich jetzt gemeinsam, nehmt nur den rechten Bein hinter das linke, zieht euch diagonal in die Länge, schießt euch zur Mitte, und lösen. Nochmals nach oben kommen, links nach rechts. Zur Mitte zurückziehen, tief einatmen, festhalten, nochmals tief ein, Fingerspitzen zurückziehen und lösen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch noch eine ganz tolle Zeit. Bleibt mir gesund und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen. Alles Liebe bis dahin, tschüss, bis dahin.